Hallo, hier ist wieder Hot und Dark. Zusammen machen wir heute wieder ein Let's Play. Genau, und wir spielen heute das Spiel Mario Craft. Mario Craft? Ja, und auch Wolfen spielen. Ja, okay. Irgendwas müssen wir ja mal let's playen. Ja, und damit fangen wir einfach mal heute an. Ja, wir haben einen Controller in Minecraft und natürlich noch eine Fernbedienung. Wir machen das alles zusammen heute. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, muss ich erstmal die CD einlegen. Ja, musst du mal. Aber du drückst noch nichts, okay? So, CD ist drin, aber drück noch nichts. Was soll ich nicht tun? Ach, guck mal, ein Knopf. Was ist das? Hey, das riecht da nach Äpfel. Hä? Dark, wo bist du? Dark? Hm, vielleicht ist er auf Toilette. Naja, er wäre ja unhöflich, wenn ich das jetzt hier nicht schon anfangen würde. Hm. Wer weiß, wo er sich rumtreibt. Komisch. Er war da auch so heiß auf das Spiel. Naja, starten wir wenigstens schon mal das Spiel. Was ist das? Hey, ist das nicht das Spiel? Hey, da ist der. Hallo, Hort. Hier, hier bin ich. Siehst du mich? Wow, guck mal, der kann sogar laufen. Und jumpen. Jumpen. Nein, nein, nicht. Hort, ich bin hier drin. Hilfe, Hilfe. Oha, ich kann nix tun. Oha, da müssen wir rüber. Der wird mich doch wohl jetzt nicht da rüber schicken. Oh Mann. Oh Mann. Nein, komm. Komm, nein. Nein. Oh, ich hab... Punkte. Oha, das geht ja noch. Hort, lass mich hier raus. Ich will nicht mehr. Das ist so hoch. Oha, oh, Warte. Oha, das gibt bestimmt Bonuspunkte. Und Feuertaste. Hey, sofern kann ich sowas. Cool. Das muss ich gleich mal zu Hause ausprobieren. Kann man bestimmt gut mit Popcorn machen. Der wird doch wohl mich nicht jetzt da rüber springen lassen. Oh, erstes Level gleich zu Ende. Na komm, Doc. Spring. Nein, nein, nein. Oh, das war ja einfach. Hey. Was ist das denn hier? Mal ein bisschen durch. Hm. Ah, hoffentlich komme ich hiermit auch wieder... Oh, was ist... Ah. Wow, erstes Level vorbei. Hey, wo ist mein... Wo ist die Spielvigo hin? Hup. Hallo. Hä? Doc? Ja? Doc, wo warst du? Äh, hast du mich nicht gesehen? Nein. Hm, egal. Aber nächstes Mal nehmen wir ein, äh, ein nicht so gefährliches Spiel für ein. Nicht so gefährlich? Das ist doch nur MarioCraft. Ja, das reicht schon aus. Naja. Ähm, schade, dass es nicht hier war. Das ist jetzt, ich hoffe mal, es hat euch gefallen, Freunde. Äh, in der nächsten Folge können wir ja wieder mal was erzählen, oder? Hm, ich glaube, das lassen wir erst mal, bis wir wieder was gefunden haben, was wir machen können. Na gut. Ich würde sagen, ich spiele trotzdem noch was. Äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, haut's rein und tschüss. Tschüss. Äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge.